Musik Vor einem Jahr im Juli bin ich hier im Passionstheater von Oberamagau gesessen und habe mir das Stück »Die Pest« angeschaut. Es ist ja jenes Stück, in dem beschrieben wird, wie es zu den Passionsspielen gekommen ist. Nie hätte ich gedacht, dass wir ein Jahr später in einer ähnlichen Situation sind, wie die Menschen damals, 1633. Damals haben sich die Menschen eingekastelt. Sie haben sich zurückgezogen. Sie durften ihre Häuser nicht verlassen. Sie waren letztendlich eingesperrt in einem kleinen Raum. Ähnliche Situationen haben wir ja auch heute. Wir sind zurückgezogen auf die Orte, in denen wir zu Hause sind, mit den Menschen in unserer engsten Umgebung. Und damals wie heute ergeben sich plötzlich ganz neue Dimensionen. Auch die Dimensionen der Nächstenliebe. Die Welt wird enger und kleiner und trotzdem weitet sie sich. Sie weitet sich auch in den Herzen der Menschen. Und es kommen Fragen auf. Wo ist die Kirche? Wo ist die Kirche in dieser Zeit? Sie ist da. Wenn vielleicht auch sich hier unsere Sichtweite weiten muss. Seelsorgerinnen und Seelsorger sind unterwegs, versuchen nahe zu sein. Ehrenamtliche engagieren sich und bringen Nächstenliebe nach Hause mit Einkaufsgegenständen, wie auch immer. Das ist Kirche. Und noch eines, glaube ich, können wir von den Menschen aus der damaligen Zeit lernen. Sie haben ihr Vertrauen in Gott gestärkt. Das Kreuz hinter mir, das gelübde Kreuz in Oberammergau ist Zeichen dafür. Und ich darf ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, zu dir kommen wir auch mit unseren Sorgen und Nöten in bedrängter Zeit der Corona-Pandemie. Gib uns die Kraft, alle Schwere, die Einsamkeit und auch manche Hoffnungslosigkeit durchzustehen. Dazu segne uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.